Was ist normal, was ist nicht normal, ist immer die Frage bei dem Stück Next to Normal. Ja, alles wird gut. Ja, alles wird gut. Ich bin der Felix Martin, ich werde den Dan Goodman spielen. Jeder kommt ja so an Grenzsituationen und fragt sich, ist es normal oder spinne ich hier oder was ist eigentlich los? Ich glaube, jeder ist in der Situation mal gewesen und hinterfragt sein Leben. Es gibt Momente in dem Stück, die sind total irrwitzig, darüber kann man lachen, auf jeden Fall. Wenn man abweicht, ab wann ist man nicht mehr in der Norm? Wer bestimmt die Norm? Was ist normal, was ist nicht normal, was ist ein bisschen normal, was ist total verrückt, was ist ein bisschen verrückt? Wenn ihr ein spannendes, ein modernes, ein packendes, dramatisches, aber auch witziges, hoch emotionales Musiktheater Stück sehen wollt, kommt zunächst zu Normal. Wenn ihr Schönen, sondern auf jeden Fall, wenn ihr Schönen strahlen, fällst und was ist ein bisschen mehr in der Norm? Wenn ihr euch so einfach direkt zu, wenn ein bisschen mehr in der Norm? Keiner Sieber, ich sage klar.